Es ist Dienstag, der 25.07. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zum aktuellen Kryptomarkt und ob dieser nun endgültig zum Stillstand gekommen ist. Ihr erfahrt von Kennedy Jr. und die mögliche Absicherung des Dollars durch Bitcoin sowie die Kryptobestände des Telegram-Gründers. Aber auch zu Gary Genslers Finanzierungsversuche, um Kryptos in den USA zu regulieren. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf Amerikaner und wie die es möglich machen wollen, hochwertige Assets auf die Blockchain zu bekommen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. GM, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Dienstag dieser Woche. Starten wir doch direkt mit Sebastian und der ersten News des Tages. Starten wir in den Dienstag und beschäftigen uns mal mit dem neuesten Kryptomarktbericht von CoinGecko, der uns Zahlen, Daten und Fakten zum abgelaufenen zweiten Quartal 2023 liefert und uns damit vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Zeiten gibt. Gemäß des Berichts können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, dass der Kryptomarkt einen Aufwärtstrend aufweist und das sowohl bei den Kursen als auch im Interesse der institutionellen Investoren. Doch was der Bericht von CoinGecko auch zeigt, dass das zweite Quartal im Vergleich zum ersten Quartal einige Schwächephasen erlebte bzw. noch immer erlebt und auf die gehen wir natürlich auch mal ein. Schauen wir zuallererst mal auf den Bitcoin, der im zweiten Quartal einen Anstieg von 6,9% verzeichnete und gemäß CoinGecko damit von durchschnittlich 28.517 Dollar auf 30.481 US-Dollar Anstieg. Was dabei allerdings auffällt, dass das tägliche Handelslumen um insgesamt 58,7% zurückging, wodurch auch weniger Kapital an den Börsen getauscht wurde als noch im vorherigen Quartal. Blicken wir weiter auf die Stablecoins, so müssen wir dort sagen, dass die letzten drei Monate eine durchaus hohe Herausforderung für die Stablecoins darstellten, denn sowohl die Gesamtmarktkapitalisierung schrumpfte um etwa 4,7 Milliarden als auch die Verluste von zum Beispiel USDC und BUSD, also dem Stablecoin von Binance, wobei hier erstaunlicherweise der Stablecoin von Circle 5,18 Milliarden US-Dollar verlor und damit sogar die größten Verluste verzeichnete. Doch ich denke, viele von euch wissen das, da wo so oft Verlierer sind, da gibt es auch Gewinner und ja, da kommen wir dann zu Tether, also dem USDT von Stablecoin von Tether, der als großer Gewinner mit 4,4% und damit rund 3,48 Milliarden US-Dollar hinzugewinnen konnte und damit zum Ende des Quartals einen Marktanteil von 66% am gesamten Stablecoin-Markt besaß. Schauen wir mal auf die Ethereum-Blockchain, so gibt es meiner Meinung nach auch dort Grund zur Freude. Hintergrund ist nämlich der, dass die Gesamtzahl des gestakten ESA im zweiten Quartal um 30% auf 23,6 Millionen gestiegen ist, was einem Zuwachs von 5,6 Millionen ESA zum Vorquartal entspricht. Doch natürlich kommen wir hier auch wieder zu den Kritikern, die natürlich auch im gleichen Atemzug ihre Bedenken äußern, weil damit natürlich auch die Zentralität bei Ethereum weiter ansteigen könnte. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, denke ich. Naja und obwohl wir ja auch eigentlich noch nicht bei den NFT-News sind, blicken wir doch dennoch mal auf die harten Fakten im NFT-Markt und dort müssen wir einfach knallhart festhalten, dass der NFT-Markt einen wahren Einbruch erlebt, denn das Handelsvolumen ist in den letzten drei Monaten um sagenhafte 35% gesunken. Einziger Lichtblick, den ich hier noch nennen kann, das bleibt natürlich die Ethereum-Chain in dem Bereich NFTs. Dort sind es nämlich rund 83%, die dort gehandelt werden. Einzig im Mai gab es hier einen kurzen Einbruch, als die Bitcoin-Ordinals an Popularität gewannen. Doch wenn wir uns den Juni und auch die aktuellen Zahlen anschauen, scheinen die Bitcoin-Ordinals auch nicht mehr hier im Trend zu liegen. Dabei kommen wir noch zu Solana. Solana hat auf jeden Fall den stärksten Rückgang im NFT-Bereich zu verspüren, denn im Vergleich zum ersten Quartal ging es hier um 80% nach unten. Damit entspricht das einem Rückgang von 145 Millionen US-Dollar. Klar, der Grund dafür ist natürlich jetzt auch, das muss man festhalten an dieser Stelle, die Migration der großen Solana NFT-Kollektion, die Gods und Dudes, die jetzt bei Ethereum beziehungsweise auf der Polygon-Chain sind, dass er natürlich für den größten Rückgang dementsprechend 80% gesorgt. Naja, heißt auf jeden Fall, meine tollen Podcast-Hörer, dass obwohl die Gesamtmarkt-Kapitalisierung höher steht als noch vor drei Monaten, der gesamte Kryptomarkt insgesamt dennoch kaum gewachsen ist und in einigen Bereichen sogar stagniert oder sogar zurückgeht. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gesehen und ob das laufende Quartal jetzt das Q3, da wirklich besser wird, ist auffraglich, denn aktuell kommen natürlich jetzt noch hinzu die Unsicherheiten bezüglich der Genehmigung institutioneller Investoren durch die SEC, ich sage nur BlackRock, ETF etc., was natürlich auch das dritte Quartal weiter belasten könnte, wenn ihr mich fragt. Im exklusiven NFT-Space, da will ich auch erst überhaupt keine Prognose zu abgeben. Ihr wisst, das Ganze ist keine Finanz- oder Anlageberatung, das ist meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken an dieser Stelle, doch meine Meinung ist dementsprechend dazu, zieht euch trotz der heißen Tage vielleicht noch etwas wärmer an, denn der Winter ist da und schlägt vielleicht auch nochmal hier mit einem extra starken Blizzard-Sturm zu. Ob das jetzt eine schlechte Andeutung auf die anstehende Activision-Blizzard-Übernahme von Microsoft ist oder die wirkliche Marktsituation dann im Q3 darstellt, das überlasse ich euch oder dem lieben Chris, der wechselt nämlich jetzt mit euch zu CoinMarketCap und dort werfen wir mit Chris einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Der Blick auf den Kryptochart bei CoinMarketCap lässt mich jetzt nicht jubeln, aber fangen wir doch einfach mal an. Platz 1 Bitcoin 26.217 Euro minus 4,24 Prozent. Auf Platz 2 mit 1.665 Euro Ethereum minus 3,25 Prozent. Dann auf Platz 4 XRP Ripple minus 6,83 Prozent aktuell bei 0,633 Euro. Cardano auf Platz 7 bei 0,2739 Euro minus 5,11 Prozent. Hier sehe ich lediglich den Dogecoin auf Platz 8 im Plus mit 1,69 Prozent im Plus. Aktueller Preis 0,067 Euro. Direkt dahinter auf Platz 9 Solana minus 8 Prozent bei 20,97 Euro. Polygon auf Platz 11 minus 5,78 Prozent. Aktuell 0,653 Euro. Auch direkt dahinter auf Platz 12 Litecoin 80,21 Euro minus 5,10 Prozent. Auf Platz 13 Polkadot minus 4,86 Prozent. Aktuell bei 4,71 Euro. Ein bisschen weiter der Monero auf Platz 26. 145 Euro und 45 Cent minus 3,45 Prozent. Der Maker Token auf Platz 40 minus 4,95 Prozent. Aktueller Preis 957 Euro. Und Platz 48 Stacks aktuell 0,5297 Euro minus 7,35 Prozent. Und auf Platz 49 EOS mit minus 6,16 Prozent bei 0,6723 Euro. Das war unser Blick auf den Krypto-Chart auf CoinMarketCap. Damit wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren Web3 Kurznews. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. äußerte den Wunsch, Bitcoin zur Stabilisierung des US-Dollars einzusetzen. Er schlug auch vor, Bitcoin-Gewinne von der Kapitalertragssteuer zu befreien. Kennedy ist ein Befürworter harter Währungen wie Gold, Silber, Platin und Bitcoin, um die US-Wirtschaft zu stabilisieren. Allerdings steht Kennedy als Impfskeptiker in der Kritik, da er während der Corona-Pandemie Verschwörungsmythen und Theorien unterstützte. Trotz seiner Kandidatur ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Präsidentschaftskandidatur gering, da laut aktuellen Umfragen der amtierende Präsident Joe Biden als klarer Favorit der Demokraten gilt. 7Bank, ein Finanzriese aus Asien, hat eine Partnerschaft mit Asta Blockchain und der NFT-Vertriebsplattform Sushi Top Marketing geschlossen, um eine Soulbond-NFT-Serie mit dem Namen Connecting the World zu kreieren. Diese NFTs haben die einzigartige Eigenschaft, sie sind nicht übertragbar und stellen somit eine dauerhafte Erinnerung an gute Taten dar. Der renommierte Künstler Nozuma Kubuta, bekannt für seine beeindruckenden Werke in bedeutenden Institutionen weltweit, hat seine Fähigkeiten eingebracht, um die Sammlung Connecting the World mitzugestalten. Pavel Durow, der Gründer von Telegram, ist anscheinend auch Kryptoanleger. Der 38-Jährige gab bekannt, dass er etwas Bitcoin und etwas Toncoin besitzt. Allerdings verriet er nicht wie viel genau. Durow erklärte, dass er es bevorzuge, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, anstatt materielle Dinge zu besitzen, wie beispielsweise ein Haus oder ein Flugzeug. Des Weiteren gab Dubrov bekannt, dass Telegram diese Woche Anleihen im Wert von etwa 270 Millionen US-Dollar an namhafte Fonds mit gutem Ruf ausgegeben hat. Trotz Zuwächsen bei der Monetarisierung sei der Messenger-Dienst noch nicht profitabel, da die Ausgaben für Speicherplatz und Traffic gestiegen seien. SEC-Chef Gary Gensler hat vor dem US-Senat eine Anhörung abgehalten und zusätzliche Finanzmittel gefordert. Er bat um eine Erhöhung des Budgets von derzeit 4,6 Milliarden US-Dollar auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Der Großteil der Gelder soll für technologische Kosten wie Datenanalyse und Cybersecurity verwendet werden. Zusätzlich benötigt die Behörde weitere 109 Millionen US-Dollar, um den wildwestartigen Kryptosektor zu regulieren. Gensler betonte hier die Notwendigkeit, den Kryptomarkt angemessen zu überwachen und zu regulieren, um Anleger zu schützen und die Sicherheit des Finanzsystems gewährleisten. Die National Australia Bank, NAB, hat angekündigt, Zahlungen an ausgewählte, hochriskante Kryptobörsen zu blockieren. Laut einer Meldung stehen fast 50 Prozent der bei der Australian Financial Crimes Exchange gemeldeten Betrugsgelder in einem Zeitraum von 30 Tagen in Verbindung mit Kryptowährungen. Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen seien eine der am schnellsten wachsenden Sicherheitsbedrohungen, durch die Australier im vergangenen Jahr über 221 Millionen Dollar verloren haben. Das Bankhaus nennt jedoch keine genauen Kryptobörsen oder Services mit seinem Statement. Die National Australian Bank ist mit einem Vermögen von über 2,5 Milliarden australischen Dollar die viertgrößte Bank in Australien. Das waren die Kurznews, wechseln wir direkt rüber zu unserer NFT-News. Die tokenbasierte Sammlerplattform Amerikaner stellte am Freitag ihren Concierge Vaulting Service vor, der On-Chain-Lösung für verschiedene Probleme bietet, die im Bereich der hochwertigen physischen Sammlerstücke auftreten. Der neue Service ermöglicht es Sammlern, ihre wertvollen physischen Gegenstände in klimatisierte Tresore zu lagern und ein Blockchain-gestütztes Asset-Management-System zu nutzen. Nach Angaben der Website funktioniert der Dienst durch die Authentifizierung hochwertiger physischer Sammlerstücke und organisiert den Transport der Waren zu einer Hochsicherheitseinrichtung. Laut der Plattform wird der Tresor für Oldtimer, Turnschuhe in limitierter Auflage, Kunst, feines Porzellan und alles dazwischen zur Verfügung stehen. Diejenigen, die daran interessiert sind, ihre Gegenstände bei Amerikaner einzutragen, müssen sich mit dem Team beraten lassen, um einen individuellen Aufnahmeplan zu entwickeln. Sobald der strenge Authentifizierungs- und Aufnahmeprozess abgeschlossen ist, wird für jedes Objekt ein einzigartiges digitales Echtheitszertifikat ausgestellt. Über die Website können Nutzer ihre Sammlung präsentieren, Gegenstände zum Verkauf anbieten und Angebote annehmen. Unterstützt von der 776-VC-Firma des Reddit-Mitbegründers Alexis Ohenian und dem NFT-Marktplatz OpenSeal erhält das Unternehmen im Mai 2022 eine Startfinanzierung in Höhe von 6,9 Millionen US-Dollar. Amerikaner brachte damals auch seine Thumbsing-Mitgliedschaftstoken auf den Markt, der den Inhabern den frühen Zugang zu seiner Beta-Webseite gewährte. Alle 9500 Token mit einem Preis von 0,069 ETH, was damals etwa 130 Dollar entsprach, waren ausverkauft. Aktuell ist der Mindestpreis der Token auf ungefähr 0,015 ETH, also etwa 28 US-Dollar gefallen. Amerikaner-CEO Jake Frey, der zuvor ein privates Designstudio gegründet hat, das sich auf digitale Produkte spezialisiert hat und mit Apple, Snapchat, Shopify und Twitter zusammengearbeitet hat, sagt in einer Pressemitteilung, dass die Plattform geschaffen wurde, um die Reibung zu beseitigen, die mit dem Kauf, dem Verkauf und der Lagerung von hochwertigen Sammlerstücken verbunden ist. Bei Amerikaner verbinden wir physische Stücke mit digitalem Luxus, sagt er. Wir überbrücken die Kluft und bringen die Aufregung und den Komfort der digitalen Welt zu greifbaren Sammlerstücken. Es geht darum, das Beste aus beiden Welten zu vereinen, um ein hochwertiges Erlebnis zu schaffen. Zu Beginn wird die Plattform ausgewählten Künstlern, darunter die zeitgenössischen Künstler Dustin Yellen, Danny Cole und Tom Sachs, die Möglichkeit bieten, Profile zu erstellen und die Amerikaner-Mitgliedern geprüfte Sammlerstücke anzubieten. Die Plattform wird für alle Sammler zugänglich sein, unabhängig davon, ob sie einen Something-Mitgliedstoken besitzen oder nicht. Amerikaner stellt auch sicher, dass sekundäre Lizenzgebühren durchgesetzt werden und nimmt damit Konkurrenten ins Visier, die diese Praxis in letzter Zeit zurückgeschraubt haben. Ich persönlich finde die Thematik der digitalen Zertifikate für reale Assets ziemlich spannend. Aktuell schwirrt mir diese Idee auch immer wieder in IAL-Events durch den Kopf bzw. höre ich immer wieder davon. Ich verfolge natürlich diese Ideen und Ansätze mit den Personen immer mit voller Aufmerksamkeit. Ich weiß noch damals, als ich in einer Galerie einen limitierten Print gekauft hatte, da habe ich auch so einen Nachweis auf der Blockchain bekommen und das fand und finde ich immer noch mega spannend, auch schon wie früh das angefangen hat und wie viele Leute da jetzt auch weiterdenken. Und ich persönlich denke auch, dass in naher Zukunft dann gewährleistet werden kann, dass man zum Beispiel einen originalen Sneaker von zum Beispiel Nike auf einem Sekundärmarkt kauft, statt einer Kopie aus einer Feldfabrik. Mit so einem digitalen Nachweis könnte dort gegebenenfalls gegengesteuert werden. Aber wie siehst du das? Hast du vielleicht sogar eine Story, wo du etwas Gefälschtes gekauft hast, was mit einem Echtheitszertifikat hätte nicht passieren können? Lass es uns doch gerne im Discord wissen oder komm einfach am Mittwoch in unseren Discord-Call um 20 Uhr und erzähl davon. Damit sind wir auch mit der NFT-News durch, wechseln zu OpenSea und schauen uns den aktuellen NFT-Markt an. Der Blick auf OpenSea zeigt Platz 1 Mutant Ape Yacht Club aktueller Floorpreis 5,68 ETH. Auf Platz 2 Fidenza bei Tala Hobbs 79 ETH im Floor. Auf Platz 4 Asuki 4,98 ETH. Auf Platz 7 Board Ape Yacht Club aktueller Preis auf dem Floor 32,45 ETH. Auf Platz 8 Ope Pen Edition 0,67 ETH. Auf Platz 11 The God's 8,68 ETH im Floor. Auf Platz 12 TenKTF Kagami 2,45 ETH auf dem Floor. Auf Platz 14 Heavy Metal aktueller Floorpreis 0,68 ETH. Die Medlady Makers auf Platz 15 aktueller Floorpreis 2,55 ETH. Clone X auf Platz 17 1,70 ETH. Utes auf Platz 18 1,65 ETH. Auf Platz 20 der TenKTF Stockroom aktueller Floorpreis hier 0,03 ETH. Cyber Kongs auf Platz 22 aktueller Floor 8,5 ETH. Auf Platz 25 TenKTF Gucci Grail. Hier im Gegensatz zu letzter Woche der Floorpreis jetzt auf 0,61 ETH. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Auf Platz 42 Moonbirds aktueller Floorpreis 1,79 ETH. Fluff World auf Platz 47 1,05 ETH. Chex VV Edition auf Platz 48 mit 0,52 ETH. Beans Official auf Platz 50 0,33 ETH. Other Deed for the Other Side auf Platz 58 0,63 ETH. Killer Beers auf 63 0,77 ETH. The Sandbox 0,31 ETH auf Platz 65. Ein bisschen tiefer VFriends Series 2 0,11 ETH auf Platz 75. Auf Platz 76 CoolCats NFTs 0,72 ETH. Auf Platz 77 Pachi Penguins 4,38 ETH. Auf Platz 86 God Hates NFTs 0,16 ETH. Und ganz hinten auf Platz 98 Bulls & Apes Project 0,26 ETH. NF Trees auf Platz 99 4,55 ETH. Und die Ringrunners auf Platz 100. Aktuell 82 Matic. Damit sind wir auch schon durch mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ihr merkt es, trotz eines vermeintlichen Sommerlochs scheint unser geliebtes Web3 nicht zu schlafen. Wenn ihr übrigens eine spannende News habt oder einfach tief in ein NFT-Projekt drinsteckt, dann schickt uns doch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an das GM-Coffee-Handy. In den Shownotes findet ihr die passende Telefonnummer. Gerne veröffentlichen wir eure News dann hier im Podcast. In diesem Sinne habt einen schönen Resttag, genießt den frisch abgedateten Tag und schaltet gerne morgen wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.